Ferro Dein Glück Ferro hat Glück Ferro will Glück Das letzte Ding von Ferro Herzlich Willkommen zu der Ferro Reaction Wie heißt der Song Bruder? Glück Das letzte Ding war ja von Ferro experimentell Anders Baby du bist anders Er hat sich experimenteller Er hat sich gerade was gewagt Und jetzt bin ich sehr 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 gespannt was er jetzt macht Geht es wieder in die Richtung? Geht er in die alte Richtung? Mit Straße? Das schauen wir jetzt nach Jedenfalls, wie die Telegram Gruppe den Song findet Könnt ihr da unter dem Kopf meines Bruders sehen Und wie ihr mitvoten könnt Erklären wir euch am Ende des Videos Und let's go Die Welt Das ist doch dein Liebling Dick Planet, das ist mein Ding Grad ist er voll glücklich Gerade gehen alle Glückshormone in die Mauch Er liebt Weltraum zu sehen Was hältst du von der Sonne da noch Da ganz hinten? Ne ne die da hinten im Video Die Sonne Er wärmt mein Herz Was? Wuscht Zu gut bei Das schon Frage mich, wann Wissen du bloß so machen Ogo und so Aber ich trink Bombay Das ist für Collaboration und so Ihr seid Hallow Top Aber habt Geld und hey Macht das ganz, ganz entspannt und lehn' mich einfach zurück. Wird erkannt, bin bekannt und denk' mir, ach, was ein Glück. Okay, okay. Ganz erwartet. So was hab' ich nicht davon erwartet. Das ist ja mega. Das ist auch wieder experimentell, aber anders. Wieder experimentell. Ich bin bekannt und denk' mir, ach, was ein Glück. Frag' mich nur, was du über mich gedacht hast. Frag' mich nicht, was ich wirklich gemacht hab. Ein Wort und ich ruf' die Verwandtschaft. Oh, oh, oh. Ja, ich weiß, ich komm' immer wieder anders. Steh' im Kreis und sich rad' da wie ne Pumpkan. Paradise, motherfucker, ist nur Pam-Pam-Pam. Oh, oh, oh. Cool. Einmal noch cool. Wirklich cool. Richtig geiler Move, Digga. Schon geil, die Kollaboration mit Bombay sogar anzukündigen. Bombay? Ja, es hilft. Nein, nein, ist ein Mack? Ja, diese Flasche da. Ach so. Diese Flasche. Diese Flasche da. Tschüss. Ich weiß, ich komm' immer wieder anders. Steh' im Kreis und sich rad' da wie ne Pumpkan. Paradise, motherfucker, ist nur Pam-Pam-Pam. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So ist dich einer meiner Magen. Alles, was du siehst, Bruder, ist halt mir. Hol mir die Sterne mit dem Jazz, ey. Doch ich hab' sie ab, ey. 4, 2 oder 7, alles ist ihr möglich. Schüsse in der Bock. Richtig, schließ' im Kosten, ich mach' den Augen und vor, aber ich trink' Bombay. And all the Collaboration und so, ihr seid huld ausbaut, aber hab' Geld und sick' What? Warte mal. Was? Ich meine, es ist etwas eigentlich Offensichtliches, aber mir kommt der Gedanke erst jetzt. Meint ihr, die bekommen irgendwie so Werbekosten für, wenn die Mercedes, Rolex oder sowas sagen? Ich glaube, Mercedes auf keinen Fall. Ja, okay, Mercedes hat seinen Hype. Mercedes, Rolex nicht. Bei Rolex auch nicht. Meint ihr? Ich glaube, Nike auch nicht. Nike, Adidas, Safe, On. Das ist ein Gefühl in jedem... Doch. Nein, ich glaube, das ist eher, weil die es fühlen. Aber nicht Mercedes, Rolex auf keinen Fall. Die haben so schon ihren Hype. Die wollen, was wollen die Rapper da nicht sagen? Bei denen ist es eh so, die schämen sich einen Rapper das fahren. Held, ich weiß nicht. Vor allem Automaten, auf keinen Fall fragen die Rapper. Mach mal Werbung. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist schon ein Valide. Das A klappt. Klasse. Ja. Das ist schon ein Abenteil. Familienauto. Erwähnen das Bezirk des Songs. Okay, mal weiter. König bergelt miserabele Mathe. Weißen SL und am Morgens ein Latte. Tüdelipatte, repatte, repatte. Mach mein eigenes Ding, aber danke. Ich bomm mir wieder einen Holly und so. Eine Johnny und so. Ich geh eh nicht kaum. Das ist cool. Ich mag das. Das war jetzt textisch, aber nicht das Stärkste an der Stelle. Was? Show me eine Johnny und so. Nicht textisch. Ich geh eh nicht nach oben. Nie textisch. Das war textisch. Ganz großes Kino gerade, gell? Du hast mich überzeugt, Pera, dass du nicht dadurch K.O. gehst. Oh, Mautschiff. Ich achte nie auf... Hier muss es euch doch klar sein. Was denn? Ich achte gefühlt nie auf textisch. Pera, so sieht es auch aus. Mach play. Mach play. Ach so. Das ist richtig cool. Ich muss sagen, das ist jetzt schon mein Lieblingssong von Ferro. Ja? Ja, ja. Das ist für mich gerade rundum überzeugend einfach. Also mein Geschmack trifft es richtig. Weißt du, ich find's halt geil. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, aber der hat zum ersten Mal auch eine Frage nicht gemacht. Ich mag das persönlich, aber das ist zum ersten Mal, dass ich höre, dass er es nicht macht. Ich meine, mir hat alles gefallen und der Art und Weise, wie der das Ganze gemacht hat. Also der hat authentische Sachen gesagt, das war nix so unnötig, Geflexe. Und das war so sympathisch, weil er hat auch gezeigt, weil er hat auch gezeigt, dass er selbst alles so verdient hat, gemacht hat und ja, cool. Aber ich mag es nicht. Ich muss sagen, was ich sehr wieder auch mag, Corona, der experimentiert. Jürgen experimentiert. Das mag ich auch. Ich find das ziemlich, ziemlich gut, weil es echt selten ist in Deutschland, dass Leute so frei experimentieren. Das war so. Es wird mehr und er ist einer davon, der das halt macht. Und dadurch kommen halt sehr, sehr gute Sachen zustande. Und dann kann man nur sagen, machst du weiter, dass bald ein Monsterhit um die Ecke kommt, ist eigentlich dann eine Frage der Zeit. Einfach weitermachen. Weißt du, die ersten Leute, die versuchen zu experimentieren, die sind neu. Aber sobald es mehrere Leute machen, wird es trennt zu experimentieren. Woher sollen die denn? Wird Deutschland immer bunter? Na, ist gut. Also. Meta. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Megan, mach du den Abschluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr findet unsere Telegram-Gruppe, die wir am Anfang angekündigt haben, in der Infobox, ganz unten. Und außerdem könnt ihr uns auf Instagram folgen und wir verabschieden uns. die Ravenna's Instagram. Ciao, ciao! Tschoped. ogo